Heute startet die Aktion Ein Jahr Große Koalition, die CDU-Saad zieht Bilanz, Ein Jahr Große Koalition. Das steht insbesondere für stabile Verhältnisse für unser Land. Das, was wir dem Saarland versprochen haben, was Annegret Kramp-Karrenbauer den Saarländerinnen und Saarländern versprochen hat, das haben wir gehalten. Ein Jahr Große Koalition, das heißt Zukunft ohne Schulden. Wir sind auf dem Konsolidierungskurs der Schuldenbremse, das heißt Schulfrieden für unser Land, das heißt sicher leben im Saarland durch eine Polizeireform, das heißt Stärkung der Kommunen durch den kommunalen Entlastungsfonds. Das heißt viele andere Maßnahmen, die die CDU zu verantworten hatte. Und wir werden mit 50.000 Flyern in dieser Woche die Saarländerinnen und Saarländer darauf ansprechen, dass dieses Jahr für das Land ein gewonnenes Jahr war. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind in dieser Woche und darüber hinaus gemeinsam mit der CDU Saar stark für unser Land. Und wir werden mit 50.000 Flyern in dieser Woche die Saarländerin und Saarländerin und Saarländerin und Saarländerin und Saarländerin.